Ja Mentale Vorbereitung Ich positioniere meinen Helden Okay Schöner Götter Bruder Was? Was passiert? Schon wieder so ein Schamane Ah, schon wieder Was hab ich so gewollt? Ja? Ja Oh ne Fische alter So Ah Ah Hauen wir den mal weg hier Jawohl Scheiße Boah Jetzt geht das los mit den Zaubersprüchen Ich krieg eins zu viel Ich krieg eins zu viel Wer kommt denn zu viel? Ich zweimal Äh Immer dreimal mehr wie du Äh Fuck that shit man Fuck that shit, he is to tanken He is to tanken Sorry Merke ich mir Fuck that shit, nigga Ich hab jetzt auf deinen Einsatz gewartet, Stefan Ne, mit solchen Leuten wie dir rede ich nicht mehr Ist auch okay Sind bis zu unter gebildet Unter gebildet, ja Hm Du hättest das Terrorisch weglassen können Du hättest das Terrorisch weglassen können Hi Haha Schönen guten Tag Ach warte mal, hier Ähm Meine Magie wird euch entsticken So Hey Du bist schon wieder so fies ne Weißt du hier, guck mal Hehehe Hehehe Loke Ehhhh Jo, wahrscheinlich, jo, wahrscheinlich. Es ist so leid. Was, Alter? Alter, Max, du die ganze Zeit darauf wartet, dass einer nie ist, Alter. Wann hieß der denn? Mit deiner Scheiße da, ey. Am meisten zieht der noch ne Karte. Oh, du kannst ja nicht Karten, weil die Hürzen umziehen, Mann. Es geht doch nicht. Es geht doch nicht, Mann. Stefan, stell mal vor, die Magier, ne? Könnte sich noch irgendwie richtig Cell fehlen, so wie Druido oder so. Ja, dann wäre der zu OP, glaube ich. Eigentlich geht das ja. Es gibt ja genug Karten, die dich heilen. Gibt es eigentlich genug Karten, die dich heilen? Ey, gibt es eigentlich genug Karten, die dich heilen? Gibt es eigentlich genug Karten, die uns heilen? Freude, schöne Götter, fick dich. Ich mach mal die Laterne da aus. Jetzt mach sie wieder an. Ey, wo ist der Eimer hin? Hier sind keine Kürbisse, die dich kaputt machen können. Oh, ne, gegen den Hexenmeister, Alter. Gegen den hat er gerade gewonnen. Ihr habt es so gewollt. Mal überlegen hier. Hallo, Eder, Max, bitte kommen. Hallo, Eder, Max. Wenn ich jetzt gewinne bin, bin ich Level 26, ey. Ah, ha, ha. Verzeihung. Ja, das ist schon ein Grund. Na, komm. Der wird kommen, Alter, du kannst eh nichts mehr machen. So. Der muss jetzt erst mal weg, ne? Der muss so weit. Das war auch mein Anliegen an Angela Merkel, aber die hat das irgendwie nicht akzeptiert. Äh, Angelo? Angelo Merkel. So, mal gucken. Okay, kein Spott. Zum Glück. Boah. Ist er? Okay, ist nicht so schlimm. Oh, man, jetzt wird es aber echt egal. So. Okay, das war glaube ich nicht ganz so klug. Oh, ist egal. Ah, komm. Okay. Danke. Ach, du hast eine... Du brauchst mich nicht an, Mensch. Ey. Danke. Danke. Ich danke mir mal selber. Ja, danke, mein Ding, Mann. Oh, du bist so ein Affe mit deinen Scheiß-Zauber-Sprüchen da, ey. Warum denn? Oh, ich bin froh, ich bin froh. Oh, der hat noch einen am Start, Alter. Ja, komm. Oh. Oh, der hat bestimmt eh wie einen Zauberspruch, ey. Oh, wie ist das ein bisschen frisch, hier ganz nackt zu sitzen. Oh, da hat Vieh schon wieder. Na okay, ich hab einen Zauberspruch. Oh, ich bin froh. Oh, der ist so. Oh, der ist so. Ist so nackt, dass niemand weiß, dass ich... Peter heißt. Oh, Alter. Haut der raus den Schaf, ey. Jooo... Wahrscheinlich, oder? Wenn wir diese Menschen, die einfach nicht die Karte ausspielen wollen... Kenn ich nicht. Ich weiß jetzt auch irgendwie nicht, was er meint... Oh. Oh! Oh, okay. Das war scheiße. Neeeeeeeen... Ich bin so ein voll Gmongo. Hab gewonnen. Ja, halt sich ja sowieso. Hä? Oh. Ey, Ey Erik, wenn ich mich jetzt bei W.O.W. einlogge, habe ich einen Pegasus. Ja. Weil ich Rang 26 gekommen bin. Bei Highstone. Bin ich auch ein bisschen stolz auf dich. Ich möchte aber kein Pegasus, weil ich kein W.O.W. bin. Was möchtest du dann? Ich möchte Geld. Kannst du doch gerne haben von mir. Wie viel möchtest du denn haben? Zwei. Ach komm, das ist doch kein Problem für mich. Vielleicht auch drei. Das wird schon kritisch. Ja. Ach, Alter, jetzt. Oh, Mann, Alter, jetzt. Geht das schon wieder los, Alter. Dieser verkackte Hurensohn von... Reicht, ne? Ne, jetzt reicht's mir. Erik sei still, sonst vergesse ich mich. Hast du schon wieder Alzheimer? Hm. Satwa. Say what? Say what, what? What, what? Rodrigo Gonzalez. Das war's. Das war's. Ist ja voll okay. Okay. Ich mag die Karte. Ah, ist ein Schaf am Start. Ne. Oh, das ist schade, ne? Das ist schade. Du, Becker, das ist schade. Das, 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 ja. Weil dann könntest du nämlich meinen... Den da. Der rechts liegt da. Hm. Ja, von mir aus ist es rechts. Echt? Ja. Glaub ich nicht. Warte mal, du musst es ja... Ne, ne, von mir aus ist es rechts. Tut mir leid. Okay, also, ich mach jetzt so. Stellst zwei Leben wieder her. Du fügst mir drei Schaden zu. Du hast einen Feuerball, Junge. Oh. Nette Karte. guess I have a threat. Natürlich, ich mach eben auch. Pijoh. P sérieck. Zum Glück kann der jetzt noch nicht angreifen Kalkulatet Ach so ne Scheiße alter Wo ist denn der eingefroren? Kalkulatet Kalkulatet Hallo Erich von HipHop.de Wie geht's Ihnen so? Stefan, halt die Fresse Erich Erich Ich war ins Ernst, Alter, ich werd sehr aggressiv Herr Beka Vergiss dich gleich, ja So ein Feuer bei Jung To Beka Mhm Kalkulatet Kalkulatet Ohhhh Was glotzen soll Oh 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 Plätscher plätscher Ich liebe die Karten Oh Aber hier Ey alter war das knapp Gut gespielt Beka Ja gut da hast du wohl Best of three gewonnen Ja Tut mir leid Ach komm Ja echt Mies geraped der Typ Macht ja nix ne Nö nö Bis zum nächsten mal Bis zum nächsten mal Bis zum nächsten mal Bis zum nächsten mal Wie Es sweater Nein